Moin Leute, willkommen in Mutterland. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen von Anker und zwar sind das hier die Anker M650 Mikrofone und zwar sind das, wie ihr hier sehen könnt, so Funk-Mikrofone und ich benutze ja momentan noch das Rode Wireless Go und jetzt bin ich immer sehr gespannt, ob sich hier ein Upgrade lohnen wird oder nicht. Das Ding kostet so um die 270 Euro, wobei es bei Amazon immer wieder so 10-15 Euro Prozentgutscheine gibt, die ihr da nutzen könnt und ja, das Ding packen wir jetzt mal aus. Ich werde dann auch nachher mal die Mikrofone tauschen, damit ihr vielleicht gleich den ersten Unterschied hört und ich gehe danach auch nochmal raus, um so den Reichweiten-Test zu machen, ob das wirklich 200 Meter sind, die angepriesen werden. Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Die Packung, relativ einfach gehalten, ihr seht jetzt drei verschiedene Farben gibt es, das ist jetzt die schwarze Variante und das Ganze kommt, wie bei den aktuellen Geräten immer, in so einem Ladecase, wo quasi die ganzen Mikrofone und Sender und Empfänger immer aufgeladen werden können. Also, was haben wir sonst noch? Was ist in der Box? Replaceable Covers, Windscreens, AUX-Kabel, USB-C-Kabel, Adapter, 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 Travel Case. Okay, haben wir hier Dual Channel Wireless Pickup. Lassen wir uns mal verarschen. Hier ist nochmal so eine kleine Anleitung, wie man die Dinger tragen soll. Hier ist auch so ein Magnetteil dabei, dass man das dann quasi durch die Klamotten durch festmachen kann. Das ist dann wahrscheinlich der Receiver am Smartphone, an der Uhr, okay. Was haben wir denn hier so im Inhalt? Also, ich habe hier einmal von Anchor Work das Case. Oh, das ist schon groß. Also, das Ding passt definitiv nicht in die Hosentasche. Hier haben wir das ganze Zubehör, glaube ich. Ersatzdinger, falls man da was anderes drauf machen will von der Farbe her. Dann haben wir hier noch ein Kabel. Hier ist noch ein AUX-Kabel und das sieht mehr nach Windschutz aus. Da bin ich auch sehr gespannt. Das war bei dem Rode Wireless Go leider jetzt nicht so gut die Lösung. Da ist dieser Windschutz, der man oben drauf macht, immer regelmäßig abgefallen. Ich hoffe, das ist hier bei den Anchor Works besser. Wir haben noch sehr viel Inhalt. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, das ist, glaube ich, die Transporttasche in so einem Kunstlederlook mit Zugband. Okay, interessant. Und ansonsten haben wir hier noch Papierkram, einen Quickstart Guide und die typischen Garantiebedingungen und sonst was. Okay, wir schieben das einfach mal alles zur Seite erstmal und gucken uns mal das Case an. Also, das Case ist schon wirklich groß. Also, nur mal als Vergleich. Das ist das Case und das ist meine Anchor 737 Powerbank. Also, es ist auf einem ähnlichen Niveau. Aber, gucken wir mal. Okay, also es hält fest. Es ist wahrscheinlich irgendwie magnetisch befestigt. Okay, hier unten haben wir ein paar LEDs, die den Akkustand vom Ladecase angeben. Okay, hinten haben wir noch einen USB-C Anschluss zum Laden und unten haben wir noch Informationen. Und das ist auch hier so ein bisschen antirutschmäßig mit Gummi behaftet. Okay, so. Dann haben wir die beiden Sender-Mikrofone sozusagen. Die lösen wir mal, damit die aufgeladen werden können. Die sind dann wohl auch magnetisch befestigt. Wenn die Dinger drinne stecken, dann blinken die hier links so blau. Dann wissen wir, okay, die Dinger laden jetzt gerade. Und hier in der Mitte, das ist dann die Empfängereinheit. Und die geht dann auch an. Da kann man sogar die Sprache einstellen. Hier ist sogar ein Touch-Display drauf. Das ist so die Oberfläche. Ihr habt dann unten links und rechts die beiden Transmitter. Ihr habt hier den Empfang, die Empfangsqualität, den Akkustand. Also alles, was man quasi so benötigt an Informationen. Ihr seht auch den Ausschlag. Kommt einem jetzt erstmal so ein bisschen, ich sag mal, klobig vor. Aber das Ding hängt ja normalerweise dann eher an der Kamera oder an einem Stativ oder sonst irgendwas. Da ist es nicht ganz so schön. Und wenn man das dann quasi so, wenn ich das jetzt so vorne an der Kamera sehe, kann ich das noch ablesen? Ja, da kann man sogar noch einigermaßen ablesen, ob es da irgendwie Probleme gibt oder nicht. Okay. Und wie gesagt, das sind die tatsächlichen Mikrofone, die Transmitter. Und die haben alle so eine Klammer dabei. Und mit der kann man das dann hier befestigen. Ihr seht ja, es ist ähnlich groß wie mein Roadwireless Go. Hier drinnen haben wir auch noch den USB-C-Adapter. Wahrscheinlich macht man den hinten dran. Ah ja, also man macht den rein und dann kann man ihn drehen. Ich hoffe, das hält und geht nicht kaputt. Und dann kann man dieses Ding quasi direkt ins Smartphone reinstecken. Oder in jede andere Kamera mit einem USB-C-Anschluss. Interessant. Wenn man kein USB, also wir haben ja an der Seite auch nochmal einen USB-C-Anschluss und noch einen Aux-Out-Anschluss. Also man kann es quasi auch mit einem Aux-Kabel, wie ich es bei meiner Sony-Kamera vermutlich machen werde. Aber das ist jetzt wieder für das Smartphone. Wir haben ja noch die Möglichkeit, ein Lavalier-Mikrofon anzuschließen. Muss mal schauen, ob ich das brauchen werde oder nicht. Aber ist schon mal erstmal ganz interessant. Und die passenden Adapter sind hier auch schon drin. Also einen USB-C-Adapter habe ich gerade angeschlossen. Ein Lightning-Adapter ist hier theoretisch auch drin. Okay. Ich werde jetzt einfach mal kurz das Setup wechseln und quasi mein Roadwireless Go. durch das AnchorWorks M650 austauschen. Und dann gucken wir mal, ob sich die Soundqualität jetzt irgendwie verändert hat. So. Ich habe jetzt die AnchorWork M650 angeschlossen. Der Receiver ist auf der Kamera. Und hier seht ihr jetzt quasi das Mikrofon. Und ich habe das jetzt quasi in derselben Position wie eben. Ich habe da jetzt auch nichts irgendwie eingestellt. Irgendwie die Mikrofonverstärkung angemacht oder sonst irgendwas. Also ich habe es einfach wirklich direkt aus der Packung genommen, angeschlossen. Und jetzt bin ich immer gespannt, wie der Sound ist. Und jetzt gehe ich auch mal so ein bisschen aus dem Zimmer raus. Und dann gucken wir mal, ob er mich immer noch hört. Ich bin jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt gehe ich die Treppe hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt bin ich gerade am Erdgeschoss. Ich bin quasi direkt über der Kamera. Und jetzt gehe ich mal Richtung Garten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und jetzt bin ich draußen im Garten und bin ein Meter entfernt. Und jetzt komme ich langsam mal wieder zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme jetzt die Treppe wieder runter. Und wenn man den wieder empfangen war, und jetzt komme ich langsam wieder ins Zimmer zurück. Und da bin ich auch schon wieder. Also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie die Qualität war und wann es, ob es einen Abbruch gab oder wie der Abbruch war. Auf jeden Fall habt ihr das jetzt gerade selber gehört, wie die Qualität war. Und was ich jetzt nochmal machen werde, ich werde es einfach nochmal direkt an mein Pixel anstopseln. Und dann schauen wir mal, wie denn da so alles abläuft. Ob das einfach USB-Adapter stöpzen und reingeht oder ob man da auch irgendwas machen muss. So, der Receiver ist jetzt an meinem Smartphone angeschlossen. Ich gehe jetzt mal kurz zu einem Spiegel, damit ihr seht, wie das ausschaut. Also wie gesagt, hier an der Seite hängt das Ding dran. Ich habe das direkt im Blick. Ich sehe auch quasi den Ausschlag und die Verbindung und so. Und ich bin mal gespannt, wie da jetzt die Soundqualität war und ob das wirklich so einfach mit dem Adapter funktioniert hat. So, und damit bin ich jetzt aber auch schon fertig von dem heutigen Video. Ich werde, wie gesagt, die M650 demnächst einfach so für meine Videos benutzen. Und ihr könnt mir dann einfach mal schreiben, ob ihr prinzipiell eine Veränderung der Soundqualität wahrgenommen habt oder nicht. Ich werde das wahrscheinlich eh erst beim Videoschnitt merken. Und ja, und dann schauen wir mal, ob sich die Dinger lohnen. Das war es von meiner Seite. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.